Für fünf Minuten dachte ich, wow, ist dir klar, was du da tust. Und nicht einmal jetzt. Ich dachte mir, ist es wirklich eine gute Idee, mein Gesicht zu zeigen und über all das zu reden? Wird es meinen Freund nicht stören, wenn ich meine Sexualität zur Schau stelle? Ich würde sagen, die ersten Eindrücke waren in der Grundschule, ähm, am Pool. Weißt du noch, ob ihr im Unterricht über die Klitoris gesprochen habt? Daran kann ich mich nicht erinnern. Hierhin, glaube ich. Bis hierhin, ziemlich groß, glaube ich. Ja, sie hat die Größe eines Penis. Sie sind eigentlich gleich groß. Größe eines Penis? Ja, 11 Zentimeter. Was? Völlig unterschätzt. Genau, komplett unterschätzt. Nein. Ich erinnere mich sehr gut. Es war in meinem Bett. Es war Abend und alles. Ich hatte gerade einen Film gesehen und versuchte es zum x-ten Mal. Und dann hat sich die Mühe gelohnt. Vielleicht ist das meine Art zu rebellieren. Vielleicht ist das der Grund, warum ich mich herum viel über Sex rede. Und ich versuche, ja, wir können Frauen sein und ja, wir können an Sex interessiert sein. Und nein, es bedeutet nicht, dass wir Schlampen sind. Ja.